Die Taufe und die Anerkennung der Taufe ist das Fundament der Ökumene, allerdings noch nicht das Ziel. Das Ziel geht weiter. Aber wir haben einen guten Boden, auf dem wir weitergehen können. Und Taufe und Glaube gehören eben zusammen. Die Taufe allein nützt nichts, wenn wir nicht glauben, was in dieser Taufe zum Ausdruck kommt, dass wir als Glied in den Leib Christi aufgenommen sind.